herzlich willkommen leute wir machen wieder weiter und zwar wollten wir in genau ne ach ja habe gucken wir mal kurz noch mal sehen haben alle geschluckt genau und und der lässt ein bisschen auf sich warten oh war jetzt nicht so geplant aber überdreht man es halt ein bisschen jawohl na na was hat der denn geschieden viel erfolg schön da fällt mir gerade ein ich glaube ja natürlich mein alter fehler wieder ringe finden und sie nicht anziehen na macht er nix das war doch nicht immer so schlecht ja auch nicht ja auch nicht na aber ich ja 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 das ist ihr auch warum ich die hin ne ja 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 schon es ist doch schön ich habe ätherischen bock auf dark souls gehabt muss ich sagen ich habe gerade überlegt ob ich mir selber noch einen account mache und nebenzu nochmal selber spiel aber dann haben wir gedacht wozu denn ich kann noch gleich hier weiterspielen na also geht ja im enge plus kann ja irgendwie gar nichts mehr gut da hat man ja auch eine brauchbare waffe im prinzip wobei man sich hier gegen den drachenschwert gar nicht so beschweren darf ist ja okay brauchbar ich weiß noch im ersten let's play haben wir ewig gebraucht da ich auch den drachenschwert ja nicht bekomme zumindest am anfang noch nicht da habe ich schon der claimer gemacht wenn ich nicht die gerne so so viel zeug haben wir gar nichts was ich jetzt alles tragen kann passt na dann hin so jetzt so ein kleiner gemütlicher ran zum schmied hoch mal schauen wir reiten hier so langsam nicht schon auf sacred spielen mal vor jetzt schon war ja gewünschen ähm und ich habe es eh noch nie gespielt also machen die komplett durch gespielt wollte ich eh mal machen hallo ach da kommt er ein bisschen gebraucht Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 3 Schwarz Ritterschild jawoll genau rechtseidig sozusagen Pass auf Ritter echt? wo? Schwarz Ritterschild keine mehr da so da gibt es natürlich auch ein richtig geiles Schild aber mein Gott lassen wir das mal außen vor Da war es knapp. Es kommt davon, wenn man sich neben zu seinem Plan raussucht. Wie man da geskillt hat. Für einen Moment, ne. Dachte ich das wär's. Das wär's gewesen. Havildochtgerockt. Havildochtgerockt, ne. Schwarzschritte einfach gelegt und dann fällt man einfach da die Klippe runter, weil man nicht aufpasst, was man macht. Ach Gott, das ist bestimmt schon ein paar passiert. So, das wollen wir auch noch haben. Wozu, weiß ich noch nicht so genau, aber nehmen wir mit, kann man alles brauchen. Wegwurfen wird nichts, muss ich sagen. So. Ja, ja. Es läuft, es läuft, es läuft. Ja, sie läuft. Kaktusse. Ja, mein Schatz, da war ich doch Kaktin. Nein, ich meine schon dich. Oh, yeah. Ja, das ziehen wir mal durch. Der wäre jetzt bestimmt anstrengend noch. Nooo, knapp genug? Ja, gut. Was machen wir denn? Hm. Machen wir als erstes mal die Stärke auf 20, genau. So. Können wir das Ziel nochmal wegbekommen? Nehmen wir die. Reicht die? Ne, bestimmt nicht mehr. Soll jetzt wahrscheinlich ach so etwas schwach sind, aber ja. Ja. Naja, nehmen wir jetzt mal oben da hin. So, nochmal kurz auf die Uhr schauen. Okay. Wir sind natürlich wieder fast bei der Hälfte vom Video. Zeit verfliegt. Time is running out. Also das ist gut. Hm, hm. Den machen wir alle nochmal sicher jetzt. Na, ein bisschen vergespielt halt grad. Na, wo bist du denn? Boah, der ist anstrengend. Da, 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 da. Wobei, den Last-Effekt soll ich auch unbedingt mal wieder anfangen. Na, warum? Vielleicht zeigt der Max wieder mit mir mit. Also dann in Teil 3 ist es glaube ich. Wo man dann wirklich Multiplayer spielen kann und der wirklich eigentlich fast schon wichtig ist für das Spiel. Leider finde ich ja eigentlich albern, dass man in der Solo-Kampagne Multiplayer mitspielen muss, um alles zu erreichen. Aber gut, aber gut. Ist ja nicht meine Entscheidung. So, gehen wir die gleich ab. Haben wir schon mal Plus 2. Der hat glaube ich noch irgendwas. Ja, der hat auf jeden Fall was für uns. Den sollten wir uns noch ein bisschen warm halten. Sehr gut. Na, auf. Weil der verkauft uns ja momentan Wunder, ne? Was ist eigentlich das da? Hey, einer hat gerade die Glocke geläutet. Cool, da spielen doch noch Leute dieses Spiel. Ja, ich bin dran. Komm mal wieder. Wichtig war ja nur die DSI zu lernen, ne? Welche ist denn da wieder? Da machen wir jetzt eine Verfolgenheit. Das wollen wir eigentlich nicht machen, aber. Den Magier lasse ich noch mal kussen. Oh! 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 Ich hätte gedacht, die bleiben tot. Du brauchst ne Menschlichkeit, Alter! ein bisschen laufen können wir schon schwäche stoßen den rücken wer hat das denn nicht ok ein paar sohne naja passiert noch eine kleine stelle sehr gut ach ja das ist auch schon wieder so immer mit einem auge auf die uhr ich mach wieder ewig lange videos ja wobei es mir eigentlich nicht wie heute wurscht ich soll halt die leute ausschalten schalten sie mal anders wieder ein gottschack hat auch immer überzogen und und sehen dass ich da daneben schlägt aaaaaaahhhhhh sehr gut ja richtig gut hätte ich gesagt ne? aua mensch so ein scheiß ok der plan zielen holen und überleben genau der überlebt ja einen schlag der überlebt auch nur einen schlag aber halt nur einen die 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 ernsthaft ok ja ich sehe es ein das war jetzt gerade kontraproduktiv was ich hier abgezogen habe das schönes balancieren damit hat es ja schon angefangen im prinzip zickzack balancieren so 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 alles gut 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 ok ich höre schon auf operieren zu wollen operieren zu wollen alles gut 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 aber aber der hat mich noch nicht spielen sehen auch 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 was genau macht der da? weiß ich selber nicht sehr gut sehr gut na komm ach komm jetzt der lag so schön das ist der geilste na ok der ist abgeschnetzelt und der steht da einfach nur so ich bin jetzt gar nicht hm nehmen wir das da und machen die dann da oben versuchen wir oder versuchen wir stärke sind wir fertig das ist schon mal gut jetzt gehen wir mal ein bisschen kondition auf 15 hoch und schauen wir wieder weiter so eigentlich sind wir ja fertig ne schade schon wieder na gut leute wir wird doch nichts mit dem schwarzen witter ne dafür gibt es dann die komplette nächste folge weil ich werde mindestens dreimal dann drauf gehen hm oder auch nicht wenn nicht dann ähm vielleicht sogar schon die gargals nächste folge naja bis dann und haut rein und serve zeig